TBC, die unheilbare Geißel des 19. Jahrhunderts, rafft die Menschen ohne Ansehen von Herkunft und Stand dahin. Peter Butulin, Sprössling eines alten russischen Adelsgeschlechts, wurde am 17. März in Florenz geboren. Sein Urgroßvater, Dimitri Butulin, zaristischer Würdenträger unter Katharina und Alexander, besitzt ein Haus in Florenz. Das Geburtshaus des zukünftigen Dichters. Seine Kindheit verbringt er in Italien und die italienische Sprache ist die erste Sprache neben vielen anderen, die er in seinem Leben beherrschen soll. Als Elfjähriger wird er in einem College nach England geschickt. In diese Zeit fallen seine ersten dichterischen Versuche im dortigen Idiom. Im Alter von 15 Jahren kommt der europäische Feingeist Butulin erstmals in seine russische Heimat und lässt sich in Taganscha, einem Dorf im Kiewer Gouvernement, auf einem großen Erblandhof nieder. Gleichzeitig beginnt er eine leidenschaftliche Auseinandersetzung mit der russischen Kultur im Allgemeinen. 1880 beginnt er eine diplomatische Laufbahn im Petersburger Außenministerium. Als Berater der russischen Botschaft kehrt er drei Jahre später nach Italien zurück, lebt einige Zeit in Rom, erfährt dann seine Versetzung nach Paris. Hier nimmt er neben Geschichts- und Literaturstudien seine dichterische Arbeit wieder auf. Außerdem ist er bemüht, die Gedichtsform des Sonnets, wie er es in England kennengelernt hat, in die Muttersprache zu übertragen und zu seiner Verbreitung beizutragen. In das Jahr 1892 fallen die Eheschließung und die endgültige Rückkehr nach Taganscha, verbunden mit dem Entschluss, sich ausschließlich der Poesie zu widmen. Bald darauf erkrankt er dort an TBC und stirbt 1895 im Alter von 36 Jahren. Zu seinen Lebzeiten erschien sein bis dato publizierter Band mit Gedichten in zwei Auflagen. Posthum erschienen die beiden Bände Sonnette und Gedichte des Grafen Butulim. Posthum erschienen die beiden Bände Sonnette und Gedichte des Grafen Butulim. Posthum erschienen die beiden Bände Sonnette und Gedichte des Grafen Butulim. Posthum erschienen die beiden Bände Sonnette und Gedichte des Grafen Butulim. Posthum erschienen die beiden Bände Sonnette und Gedichte des Grafen Butulim. Posthum erschienen die beiden Bände Sonnette und Gedichte des Grafen Butulim. Untertitelung. BR 2018